Aber hier kannst du gerne mal einschenken. Ja, ich schenke mal ein hier über dem Handy. Ob das geil klingt? Wie Polarine ins Klo rein. Polarisiert. Oh, Alter, ich hatte am Montag wirklich... Da muss man dabei gewesen sein, aber ich musste halt übelst schiffen und der redet plötzlich vom Intervall minus pipi.